Spannende Ich habe das Gefühl, dass wir die Lasse sind. Zwei Minuten aus den Jungs. Herzlichen Dank für den Alex. Und das sind unsere Aktivleiter internationalen Anzexuellisten. Dann unsere Gespanne. Ja, wir sind jetzt Solo. Und unsere Jungs. Und das sind auch die Taubgaben. Gespanne. ... Oh, oh. So, und dann endlich den Aufblick, hier dann die Fahrerverschmüllung unserer Aktiven. Ja, das ist hier, wir alle da unten, da fassen wir wieder um den Weg zu sehen. Außer uns ist hier noch unser Aktiv, alten Solistan, unsere A-Sightwagen, B-Solist, unser Junior-T, und die vier Jungs aus der Zotra-Dirsch-Bateria aus Groß-Betanne. Okay. 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 Vielen Dank.